Ich habe keinen Stress, ich bin zu alt für die Scheiße. Kann jetzt bitte einer ein Iglo um mich rumbauen, damit ich hier kurz Ruhe habe? Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Auch weiterhin treibe ich mich mehr auf Streets rum, um die Map irgendwann wie die anderen im Schlaf ablaufen zu können. Also wollten Käpt'n Vlado und ich hier auf Streets eine ruhige Runde angehen und einige Spots ablaufen. Aber da Ruhe ich und Streets in einem Satz schon mal keinen Sinn machen kann, gab es natürlich wieder Konfrontation mit anderen Spielern und irgendwie auch mit mir selbst. Da mir wohl mittlerweile auch das Augenlicht zu schwinden scheint, aber seht selbst, was ich damit meine. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Geht dann sofort los, also dranbleiben. Auf Streets kann es nicht lange dauern. Nee. Ich bin nur noch die Sonnenbrille. Ja, mit Sonnenbrille sehe ich nichts, also so wie Dr. Disrespect kann ich das tatsächlich irgendwie nicht machen. Der hat aber 100 Pro. Ja, ich renne ja schon. Junge! Naja, mach schnell. Ja, ich bin unterwegs. Rechts in den Spieler gespawnt. Vor uns ist ein Scab. Ist tot. Weiter. Erstmal hier lang. Ja, okay. 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 Links in diesen komischen Autoladen oder wie das heißt. Da sind Spieler gespawnt. Ah ja, okay. Kommt, kommt. Komm, 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 komm. Nicht bewegen! Erst. Fuck! Nice! Mein Fatal war... Ich habe Einzelschuss gemacht. Es tut mir leid. Alles gut! Meine Güte! Einer der Ene hat eine MP7 gehabt. Hm. Seit... Wann ist eine Akram... Ruhig, ruhig, ruhig! Nicht laut, bitte! Ich höre hier nämlich noch Steps. Ich muss aber stacken, sonst überlebe ich hier keinen Kampf mehr. In welche Richtung? Links. Also jetzt links, wie ich gucke. Normale Skepsis. Nimm meine Munition mit. Ruhig! Der war knapp. Meine Güte. Schrecklich. Ich habe keinen Stress. Ich bin so alt für die Scheiße. Kann jetzt bitte einer ein Iglo um mich rumbauen, damit ich hier kurz Ruhe habe? So, zwei Spieler sind schon mal raus. Viel mehr können ja hier auf der Map nicht sein, oder? Drei Spieler sind schon raus, ne? Drei? Ruhig, ruhig, ruhig. Da oben ist ein Scav. Der kommt jetzt auch hier runter. Drei. Hm. Nix für gemütliche Runden, ne, ich merke das schon. Ah, Mann. Ist der duäliges Auto hier in der Nähe? Nein. Nein. Leck mich doch am Arsch. Hast du Green Flare dabei? Ne, guck, guck, guck mal bitte. Vielleicht einer von den, vielleicht einer von den Spielern. Warte mal, was hast du für ein Extract? Das müsst ihr mir nur wissen. Hm, guck ich gleich. Wo kann ich nebenher gucken? Ne, war ja klar. Nö, 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 ne, meine Munition mit, ich hab alles voll. Was hast du gespielt? BT. In die Waffe. Ah, okay. Sehr nice. Ich mach jetzt ganz kurz meinen Körper erstmal ready und dann... Ich mach jetzt mal. Wie legt man sich nochmal so beschissen hin? Äh, ALT und E oder so meint er, ich glaube. Laserpointer? Äh. Scheiße. Er ist weg. Scheiße, der umrundet mich mal. Aber das ist eine richtig lange Runde, wenn er sich umranden will. Von links aus, Herbie? Ne, er ist anscheinend links außen rum weiter gelaufen. Er ist nicht mehr rechts. Er ist nicht mehr rechts. Er hat den Green. Nice, da kannst du da raus. Ist das gut. Normaler Scaf, oder? Ja, vorne rechts gewesen, ne? Ja. Brauchst du was von deinem Shit? Hm? Nö, eigentlich nicht. Action-SX, der hat jetzt nicht überall Action-SX. Ach ne, da JSP. War JSP gut? Jetzt weiß ich nicht. Nehme ich nicht aus. 46 Damage. Penetration 32. Ach so, da jetzt. Dreier nur, ne? Ist nicht so dolle. Ah. Kurze Runde für liebe Dudes, ne? Das ist wohl wahr. Aber die mussten ja auch hier lang kommen, ne? Spawns kommen, da kannst du ja die gut abfangen, wenn du weißt, wo du gespawnt bist. Mhm. Okay. Das ist hier an der Ecke. So. So. Wo muss ich hin? Äh. Rechts. Ich glaube, ich muss vom Gewicht her. Oh ne. Muss ich was schlucken? Ich glaube, ich hoffe nicht. Ich würde dir eine große Runde empfehlen. Ja. Geh gerade aus jetzt. Ja. Erstmal gerade aus. Ja, ja. Danach nach rechts. Ja. Jetzt schon hoch? Ja, kannst du auch. links rein. Ja, ja. Genau links rein. Okay. 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 B63. Ab hier ist so gut. Ja, ja. So, weiter geht's. Wo lang? Weiter rechts da. Weiter rechts. Weiter rechts. Weiter rechts. Und jetzt geht's wieder. Jetzt geht's schlauch. Denn Also ich laufe jetzt hier ganz links rum Hier links den Supermarkt Oh mein Gott war der hinter mir Ne über mir Oh man Kann aber hinten auf die Treppe hoch Und dann rechts rüber ne Genau Ja Aber er kann ja dich trotzdem sehen Der Sniperskräfte der sieht dich Ja Ruhig Ja Schießt irgendwie auf den Egal Ich renne jetzt durch Okay Jetzt Ja Ja Aber rechts ist der Spieler Egal Ja Ja Oh Er steht halt direkt da unten Ich habe ihn viel zu spät gesehen Ach Mann Ich dachte mir aus der Richtung kamen grob die Schüsse Und dann renne ich da auch noch hin Er steht da vor allen Dingen Er hat selbst nicht damit gerechnet glaube ich Scheiße Ich denke ich dachte erst so was ist das für ein Busch Und auf einmal habe ich das Mündungsfeuer gesehen Ja Oh wie schlecht alter Und da Und dann Dat Entschuldigung Das ist droger Und da Und dann Auch Works Das ist 하겠습니다 ер �